Yo Leute, herzlich willkommen hier auf NFT Crypto Games. Es gibt eine neue kurze Folge zu SoRare. SoRare ist ein NFT Fußball Manager Game. Manchmal wird es auch als Fantasy Fußball Game bezeichnet. Ich bin seit ein paar Tagen dabei, habe mir mittlerweile mein Limited Team aufgebaut. Wir schalten mal oder wir gehen mal ganz kurz rein in meine Karten. Dann sehen wir, was sich so in den letzten Tagen getan hat. Ihr seht, ich habe ein paar asiatische Spieler mir gekauft. Zum Beispiel hier Gesiel, ein Brasilianer, der spielt bei Kawasaki Frontale. Die belegen den ersten Platz in der J1 League, also in der japanischen ersten Fußball Liga. Den Torwart habe ich sogar gleich zweimal, weil ich möchte an den asiatischen Turnieren teilnehmen, aber auch an den normalen und mir einige Limited Karten dazu gewinnen. Und unter anderem, wenn es auch geht, Preisgeld. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Wenn ihr spielen wollt, dann gibt es ja hier oben den Play Button. Ihr könnt jeweils in die Game Wochen, die ja immer, ja, eigentlich ist eine Woche sind zwei Game Wochen. Ihr seht es ja hier, das ist immer aufgeteilt. Und die hier ist jetzt momentan live. Wir gehen mal ganz kurz rein und sehen, so habe ich hier abgeschnitten. Also das waren, meine Spieler haben diese Punkte hier gesammelt. Blöderweise saß der auf der Bank, da habe ich nicht richtig aufgepasst. Und ja, ich bin einmal hier, habe den Platz 1007 in U23 belegt und im Allstar 3880, also noch weit weg von den Preisen. Die Price Pools, die könnt ihr hier sehen. Also was kann man gewinnen hier in dem Allstar Game? Der erste Platz gewinnt 0,25 ETH, also 911 Euro momentan. Der zweite 0,19 ETH, der dritte 0,15 und natürlich zusätzlich eine Star Limited Karte. Der vierte bis 21. auch noch eine Star Limited Karte. Und hier geht es dann weiter zu Platz 22 bis 72, eine Tier 1 Limited, 73 bis 336, eine Tier 2 Limited und so weiter. Platz 337 bis 1104, eine Tier 3 Limited. Schauen wir uns mal kurz an, was ist denn so eine Star Limited? Das sind solche Karten hier, die man da gewinnen kann, also Erling Haaland oder Lewandowski. Und die Karten haben ja schon einen Wert. Also wenn wir uns das mal ganz kurz im Market anschauen, wir gehen mal kurz in die Manager Sales und checken einfach mal zum Beispiel eine Lewandowski Karte. Hier Lewandowski, sieben Stück im Angebot. Da kostet allein die Limited Karte schon über 1000 Euro. Also ihr seht, das kann man da auch gewinnen mit den Limited Karten. Interessant wird es dann natürlich bei den Rare Cards. Ihr seht die Preise hier 7000 oder 12.000, also dreieinhalb oder zwei ETH. Und ich versuche jetzt mit meinen Teams hier einfach teilzunehmen. Ich versuche jetzt auch mich besser zu informieren, sodass sowas nicht passieren kann, dass ein Spieler, der auf der Bank sitzt oder der verletzt ist, dass ich den in meinem Team drin habe. Auch problematisch wird es russische Liga, asiatische, also japanische Liga, deutsche Liga. Die haben alle unterschiedliche Spieltage. Die haben teilweise auch einfach unterschiedliche Saisonlaufzeiten. Das ist ein Problem, weil wenn ihr euch registrieren wollt für neue Turniere, dann geht ihr hier auf Play und dann zum Beispiel in eine Woche, die jetzt folgt. Und dann, wir löschen mal ganz kurz hier das Team. Dann könnt ihr hier, könnt ihr euch verschiedene aussuchen. Ich gehe jetzt mal hier kurz rein in mein Asian Team. Das habe ich mir schon ausgewählt. Ihr seht, die haben auch alle jeweils ein Spiel. Das ist alles hier unten angezeigt. Kapitän habe ich festgelegt. Ich habe das Ganze hier auch schon confirmed. Das heißt, mein Team ist jetzt hier in diesem Turnier dabei. Und die Punkte, klar, die werden dann pro Spieler gesammelt und dann einfach addiert. Und je nachdem, was ich hier für eine Gesamtpunktzahl mit meinen Spielern erreiche, wird es dann verglichen mit den anderen Teilnehmern, die ihre fünf Karten setzen. Und so bildet sich dann auch die Rangliste. Und hier im All-Star-Team, da setzen wir jetzt einfach mal kurz, wir setzen meinen Gregor Kobel, den Torwart von Dortmund. Defensiv nehmen wir Kosonu von Leverkusen, Mittelfeld. Die haben beide kein Game. Seht ihr, das ist jetzt hier problematisch. Die spielen beide in einer Liga, wo momentan einfach kein Game stattfindet. Und das nervt. Also bräuchte ich einfach jetzt hier noch einen weiteren Spieler. Das bringt jetzt eigentlich gar nichts hier, die zu setzen. Hier, ihr seht auch, Stürmerposition habe ich zwei Freiburger. Die haben jetzt auch kein Spiel in dieser Game-Woche. Extra habe ich hier noch einen aus der US-amerikanischen Liga. Den könnte ich noch nehmen, okay. Aber ihr seht, es macht eigentlich keinen Sinn. Das heißt, wenn ihr euer Team setzt, müsst ihr auch darauf achten, dass die wirklich alle ein Spiel haben. Weil sonst sammelt ihr auf manchen Plätzen keine Punkte. Also die Punkte sind verschenkt. Und so lässt sich dann natürlich auch kein Platz holen für einen Preis-Pool. Oder für einen Preis, ein Platz im Preis-Pool. So ist es besser gesagt. Ihr seht, deshalb brauche ich jetzt, um hier an einem weiteren Turnier teilzunehmen, brauche ich einfach noch weitere Spieler einfach. Auch U23. Ich habe jetzt einfach nicht genug. Das Gute hier an dem Gregor Kobel ist, der wäre auch für U23 einsetzbar. Aber jetzt gucken wir mal. Hier, die haben alle ein Spiel. Und hier, der hat auch kein Spiel. Ich habe kein Mittelfeld. Hier, ihr seht genau das gleiche Problem. Alle No Game, No Game. Der wäre jetzt wieder einsetzbar aus der US-amerikanischen Liga. Aber mir fehlen dann wieder zwei Karten. So, wahrscheinlich in der nächsten Woche haben die dann wieder Spiele. Aber so möchte ich euch einfach darauf hinweisen, wie das Ganze hier funktioniert. Und dass ihr euch dann am besten Spieler aus einer Liga kauft. Und ja, ich checke jetzt, wie das hier läuft für mich in der Asian League. Und probiere dann, mein Team noch zusammenzukriegen für die All-Star League oder die Unter-23 League. Und mein nächstes Ziel ist dann hier in der Rare League einzusteigen. Weil hier sind die ganz interessanten Preis-Pools. Um daran teilzunehmen, braucht man vier Rare-Karten. Man kann eine Common-Karte auffüllen. Da ist es natürlich das Beste, den Torwart zu nehmen. Weil ein Torwart ist so verdammt teuer hier in SoRare. Das heißt, ihr nehmt einfach eine Common-Karte, setzt den auf den Torwart, holt euch vier Rare-Karten, setzt die und könnt dann an den Rare-Turnieren teilnehmen. Und ich empfehle euch dieses All-Star-Turnier hier. Weil ihr seht, was es für Preise gibt. Und natürlich braucht man dafür Hammer-Karten, Hammer-Stats einfach auf den Karten, um hier reinzukommen in die ersten drei. Aber ihr seht, 0,65 ETH, 0,4, 0,25 ETH als Preisgeld jede Woche. Plus eine Star-Rare-Karte. Und da wisst ihr, was die wert sein können. Ja, und ihr seht auch, wie viele Preise es gibt hier. Bis 333 Leute können noch eine Tier-3-Rare-Karte erhalten. Und das Besondere ist hier, es gibt Grenzen. Three Shorts. Also Grenzen, wenn die Spieler über... Also wenn eure Spieler über 205 Punkte kommen, dann gibt es 0,01 ETH. Es muss nur, die Score muss nur größer sein als 205. Und ist die Score größer als 250, gibt es 0,02 ETH in eure Wallet. Also relativ easy, leicht verdientes Geld, würde ich sagen. Deshalb will ich mir ein gutes Rare-Team zusammenstellen. Weil wenn wir jetzt mal auf meine Karten gehen. Also diese Punkte hier sind gemeint. Ihr seht, ich muss über 200 kommen. Nehmen wir jetzt an, ich hätte hier den im Team, den im Team. Dann wäre ich ja schon bei 114 zusammen. Hätte ich noch den dabei, wäre ich bei 159 oder 169. Und ihr seht also, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Und so werden dann die Punkte einfach addiert an dem Spieltag. Und wenn ihr dann über 205 kommt, ich gehe nochmal in den Preispool rein. Wenn ihr dann über 205 Punkte seid, hier in der All-Star-League, dann gibt es 0,01 ETH automatisch in die Wallet ausgeschüttet. Bei Score größer als 250 schon 0,02 ETH. Und die Wallet, die läuft ja hier. Also eure Wallet habt ihr hier. Die ist jederzeit erreichbar. Genau, da gibt es dann hier, muss man die Wallet-Adresse eintragen. Metamask zum Beispiel. Und so lässt sich dann hier auch jeweils einfach Preisgeld gewinnen. Und stellt euch vor, ihr gewinnt hier oben. Und vielleicht noch eine Star-Rare-Karte. Guckt euch mal an, was für Karten da gewonnen werden können. Das sind Hammerpreise. Stellt euch vor, ihr gewinnt eine Messi-Karte. Habt ihr schon mal gesehen, was eine Messi-Karte hier wert ist, wenn ihr in den Market mal reingeht? Wir gucken mal in den Manager-Sales, ob momentan eine Messi-Karte am Start ist. Messi. Lionel Messi. Hier, stellt euch vor, ihr gewinnt eine Karte von Messi. Ihr könnt die hier gut für, ich weiß nicht, 17.000, 18.000 Euro verkaufen. Stellt euch vor, ihr gewinnt eine Limited Messi. Tausende. Je nachdem. Also Leute, ihr seht, da ist echt, ist einiges zu holen. Deshalb ist das für mich sehr interessant. Das ist so rare. Und ich probiere jetzt, wie gesagt, der nächste Step ist, mein Rare-Team aufzubauen mit ein paar guten Spielern. Ich habe mir schon ein paar ausgesucht, ein paar, die ich beobachte. Und gestern Nacht schon eine Auktion verloren, weil es läuft ja hier im Auktionsverfahren. Ich war über die New Card Auctions drin. Wir gucken mal, was momentan gerade so abläuft. Hier, ihr seht zum Beispiel momentan der Rainier von Dortmund. Hier 0,197 ETH, 718 Euro. Der wird momentan verkauft. Und die Auktion ist jetzt gleich vorbei. Genau, und so ging die jetzt auch weg für 700 Euro. Also hier sind einige Rare-Auktionen jetzt am Laufen. Ja, jeden Tag eigentlich. Also ihr kennt das System. Das sind ja einfach Auktionen wie auf Ebay, wie in einem Auktionshaus müsst ihr euch das vorstellen. Und so kann man hier die ganzen Spieler einmal über den New Card Auctions Marketplace holen oder über die Manager-Sales. Es gibt quasi diese beiden Wege. Genau. Ja, und so habt ihr jetzt gesehen, wie das Ganze hier abläuft, Leute. Ja, das war das Update jetzt zu SoRare. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich baue mein Rare-Team auf und dann werde ich euch neue Updates geben, wie die Turniere laufen, ob es Rewards gibt, ob ich die ETHs erhalte und auch ein paar Tipps und Tricks beim Spielerkauf werden noch kommen. Deshalb vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr noch nicht dabei seid, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Haut rein! Amen! Vielen Dank.